Und da sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge von Jupp von TTT. Da mach ich jetzt mal einen kleinen Satz. Ich wollte gerade sagen, passend zum Release vom neuen Zelda-Teil, aber wir produzieren ja vor und haben schon Ende März. Da ist schon das nächste Zelda draußen. Diese Folge kommt 2030 raus. Ich hab fast auch gar keine Waffe. Bitte tu mir nichts. Soll ich dir eine geben, Pan? 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 Ewe? Boah! Alter, ich brenne! Ey, warte mal. Alter! Wer schießt... ...auf mich? Wer hat auf mich geschossen? War das Tobi? Das war Tobi, das war Tobi. Hey, was ist das denn jetzt hier? Tobi, warum schießt du auf mich? Pan ist doch Traitor. Das ist doch lustig. Aha. Der hat einen Bumerang, der hat einen Bumerang. Du Dreck-Sau, Tobi! Ich hatte eben nur noch eine HP. Oh, ich bin in Ordnung. Oh, Tobi, hab' ich so viel Drecksack eigentlich. Geiles Wetter! Tobi, kommst du kuscheln oder was? Schön hier, oder? Ja, ist Hammer. Kakariko? Kakariko in mein Gesicht? Oh, was? Nein, nix, Barbara. Hör auf damit, Pan, bitte. Das ist nicht mehr lustig, ey. Aber ich muss sagen, es ist eine schöne Mucke, Tobi. Die ist toll, ne? Habe ich extra aufgelegt für uns. Ja, danke. Ich dachte, wir haben ein Picknick jetzt, Tobi. Ah, Picknick, mein Herr, oder was? Ja, warum denn nicht? Hä? Was? Soll das ein Picknick, Tobi? Na klar, ist Japanisch. Japanisch mit B, weißt du? Tobi. Bist du wieder am Schnippern? Nee. Gibt's auch gar nicht. Bist du denn jetzt Curry? Weiß nicht, aber die Mucke, die ist richtig schön, Tobi. Muss ich sagen, gefällt mir. Ich finde es ja ein bisschen lau, dass du dich jetzt versteckst. Ach schön, sind alle tot, oder was? Ja. Außer mir. Hörst du uns wieder, nicht? Das ist aber nett, dass du... Dass du mich übrig gelassen hast, Tobi. Das ist toll, ne? Das war schön. Alter. Tobi, was war das? Was war das? Du mich verarschen, man kann es mal aufhören, zu furzen, ne? Ganz ehrlich, jemand wird es auch mal ekelhaft, ne? Zeig dich doch mal. Stell dich doch mal wie ein Mann, sei doch nicht immer so... Ich soll mich stellen. Sei doch nicht immer so... Du willst ja alle ab mit einem Bumerang. Hinterfurzig, Alter. Hinterfurzig, ich zeig dir jemanden Hinterfurz. Da wirst du aber staunen, mein Freund. Ja, mach doch mal. Sag doch mal ein Mann, ich komme mal runter. Ich werde eigentlich mal erwachsen. So, voilà. Wohl sei es nicht, das ist nicht so schlau, was ich gerade mache. Ja. Magst du mich, Tobi? Hast du mich, die Hälfte? Du wirst mir gleich töten hören. Hey, du siehst mich? Ich sehe dich nicht, aber du siehst mich wahrscheinlich. Nee, eigentlich nicht. Ich täte mich freuen, ja. Aber... Ja, Curry. Das ist leider nicht gegeben. Okay. Der Brunsch ist wahnsinnig in der Führung gegangen, ne? Ah. Doof, ne? Sag mal, ihr zeigt dich doch mal. Sag mal, hallo. Wir sagen hier und der haut ab, ne? Ach ja, Curry. Hey, Curry. Ja. Kannst du den schon? Oh, schade, geht nicht mehr. Schade, ich wollte nochmal aktivieren. Hey, Curry. Are you done? Versteckt mich. Ich bin noch nicht mehr vom Haus gekommen. Ja, genau aus diesem Grund habe ich diese Waffe nicht gewechselt, ey. Mann! Wie war es mit dem Düsenantrieb, Erik? Wie war es mit dem Düsenantrieb, Erik? Wo ist der denn hingeklogen? Ich glaube, er ist nicht weit geflogen, aber es war so lustig auch. Aufs Date war ich schön, Tobi. Müssen wir mal wiederholen. Was gab's noch mal? Was hat er denn genascht? Privater, ja? Würdest du nicht wissen, was wir genascht haben. Kurt. Stunde. Was? Tobi Kugeln, Tobi Kugeln haben wir genascht. Iiiiih. Das gleiche. Was ist denn mit euch los? Was bin ich denn hier heingeraten, halt? Ich bin interessant. Ich auch. Ja, ich auch. Das ist meine schöne Abwechslung. Nein, geh ich jetzt nicht, wenn du Traitor bist, Mann. Was bin ich? Soll ich sag, was ist sie? Schieß mir in den Kopf, Frank, komm. Komm, mach's doch. Kannst du mir zurückzahlen? Was ist denn? Von der letzten Folge fahren, komm, gib's mir. Müge mich der Traitor schütteln. So, und weg hier. Schieß mir schön in den Kopf fahren, komm. Der Curry hat mich angeschossen, ich hab total hier. Hey, ich hab dich. Hey, 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 Tobi, hol mich. Hey, yo, Captain Jackson. Erik? Ja, was denn? Alles klar, der lebt noch. Der lebt noch, der Kerl. Aber nach mir fragt er nicht, weißt du? Weil der Tobi weiß ja wohl. Hey, du hast doch gerade gesprochen. Das ist doch nicht wahr mit diesem Scheißkack da. Nein. Oh, was ist das denn hier? Tschüss. Ich gehe jetzt. Weg. Ich komme gerade an. Okay. Hahn, wir müssen da noch mal ein bisschen was besprechen. Nein, müssen wir nicht. Doch. Nein, müssen wir nicht. Geh weg jetzt. Into the Waterfall. Curry, könntest du bitte damit aufhören? Hast du Angst? Into the Great White Open. Bitte was? Into the Seas of Blue. Du musst ja sagen, Highflap ist ja jetzt schon ein paar Tage alt, ne? Also die Source Engine hier. Mhm. Aber die Wassereffekte sind immer noch unerreicht geil aus. Und die Spiegel. Ja, das stimmt. Was war das? Aha. Aha. Wer hat da den Beat gedroppt? Die Pan ist runtergefallen. Ich bin kein Traitor. Ja, natürlich Curry. Die Pan ist gestorben durch eine Diskambulatorgranate. Hä? Ernsthaft? Also hast du sie ja trotzdem getötet. Ja, aber nicht mit Absicht. Ich hab sie einfach... Das war wie bei der Toy Story Map. Ich komme jetzt, dass du dir hochkommst. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Geh. Tobi, lass es, lass es. Bitte, 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 bitte. Hier, weiß ich, Erik. Ich weiß es nicht, was wir machen. Ich hab keine Ahnung. Ja, ihr könnt mich jetzt umbringen, aber ich bin halt, wie gesagt, innocent. Ich hab sie aus Versehen durch eine Diskambulatorgranate getötet. Die habe ich geworfen, dann stand sie an der Leiter. Und dann ist sie runtergefallen. Man sollte natürlich keine Diskambulatorgranate... Warum rennst du denn weg, Curry? Ja, weil ich innocent bin, deswegen wird gleich einer losballern. Fällt mir so einig. Ja, weil ich innocent bin. Immer noch. Hä? Achso. Zumindest ist sie runtergefallen. Ja, wie gesagt, Diskambulatorgranate. Ich find's ein bisschen komisch, dass Curry's gerade so einig hatte. Ja, hä, natürlich, weil ich Trader bin, Tobi. Ja, ja, natürlich, Curry, ist klar. Ja, dann such mich doch. Versteckst du dich da hinten hinter den Bäumen. Warum? Ja, weil ich bestimmt Trader bin und hier drauf war, dass ihr zu mir kommt, damit ich euch töten kann. Auf allen Dingen stört man sofort von der Höhe darunter. Nee, sie war schon angehörtet. Sie war schon angehörtet. Achso, warum? Weil sie schon mehrmals vorher runtergefallen ist. Achso, von Diskambulator oder was? Von einem Haus und von einer Leiter. Ich bin ihr die ganze Zeit hinterhergelaufen. So fahren hier als dumm hinstellen? Ja, nein, ich hab nur gesagt, dass sie runtergefallen ist. Das ist echt ekelhaft. Du brauchst mir auch gar nicht hinterherlaufen, wer auch immer das da ist. Tobi, geh weg. Geh. Nee, ich lauf das die ganze Zeit hinterher. Tobi, geh jetzt, Mann. Endlich wieder eskaliert, Mann. Geh. Okay. Okay, alles klar, Erik. Entschuldigung, Pan, ist tue mir leid. Ich bin jetzt noch einfach so Dinge bei der Welt. Es tut mir leid, ich hab die ganze Zeit, weißt du was ich gemacht, ich stand die ganze Zeit hinter dir, hab dich angeguckt und hab gesagt, so gefläht, so, bitte geh von der Leiter weg, bitte. Was ist denn da nicht gesagt? Entschuldigung, ja, ich wollte, ich wollte da nicht rein. Nee, ich dachte auch. Okay, ich hab's ein bisschen herausgefordert, es tut mir leid. Ja. Alter, das war, das war böse. Ja, bitte. Ich muss mein erstes Opfer werden, wenn ich später bin. Entschuldigung, Pan, bitte, bitte Pan. Es tut mir leid. Das war nicht, das war nicht. Und ich möchte echt gerne messen mit den Traitorwaffen, das ist Ärgar für dich. Das war nicht schön, Pan. Das war echt nicht schön. Hey, ich bin hier rein. Danke. Ich bin jetzt nur Mustafa OVER 갈� Тогда. Ich bin das. Ich bin mir Leid. Ich bin indust sugars- Ah, das ist doch VJÄH reef. Vollkommen in Ordnung, ich bin uziv. Bande blöse. Wahnsinn. Schmuzi. Wir, ich auch. C trovi, Schmaosi. 보�itti, dann bin ich echt sauer. Wer CCC3 Cu carai. CCC3 Weil wirft man eigentlich mit Mandarinen, wenn man dieses Alien-Ding wirft? Das sah bei mir grad aus wie eine Mandarine. Ja, 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 irgendwie sowas Matschiges. Wie so ein Pellauer-Mandarin. Man hört nur so... Das ist einfach ne schöne Kat, da will man gar nicht töten, ne? Will man gar nicht auf Twitter-Jagd gehen. Wer hat da geschossen? Das war ich, Pan. Warum fragst du denn? Okay, mein Nasegatt. Ist doch alles gut. Wenn die Nase juckt, dann ist alles okay. Dann kratz. Dann gib Geld. Dann gib es Geld. Oder jemand denkt an dich. Dann gib es Geld. Das denkt bestimmt grade gar keine an mich. Tobi? Ja? Ah, ich wollte mal gucken. Geht's dir gut, Tobi? Alles gut? Alles in Ordnung. Bitte erschieß mich nicht, bitte. Bitte erschieß mich nicht. Alles gut, Tobi. Alles gut, Tobi. Hallo, Erik. Hallo. Ja, Karin, Vorsicht. Bitte nicht. Weiter. Oh, nenn mich doch am... Alter, ey. Wo bin ich, hä? Was denn? Dann bist du wieder in die Trabel. Ja, langsam reicht's mir mit dieser Scheiße, ey. Es ist voll kacke. Also liebst noch, oder? Ja. Ja, Erik. Tobi. Der Curry klebt mir wie ein Pickel am Arsch. Ich wollte es noch kurz sagen. Ein sehr gut gerietender Pickel am Arsch. Ist schon ein Verrunkel, ne? Ja, ja. So eine halbe... Ist auch eine Wiesam-Ratte. Iiiiih. So eine Red-Kackernackere. Wer ist aber auf dem Haus? Tobi. Wo ist der Tobi? Ich bin's. Ich beobacht euch ein bisschen. Pan? Ja? Okay. Ich lebe noch. Der lebt auch noch. Lebt Thomas noch? Die leben alle noch. Es ist alles ganz glücklich, Pan. Ja, dann... Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Tobi, hör bitte auf auf mich zu ziehen. Ich beobachte dich nur. Tobi, bitte lass es sein. Sonst muss ich dich leider umbringen. Ich bin hier unten. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Ich hab mich grad ein bisschen vertan, Tobi. Was willst du hier oben? Verpiss dich. Ich würde die Aussicht genießen. Frische Luft. Verpiss dich. Nee, verpiss dich. Das sagt man aber nicht. Also Tobi, ein bisschen unfreundlich, mein Freund. Das können wir jetzt auch ein bisschen anders diskutieren. Was ist mein Haus? Doch den Eignissen. Tobi, wenn ich schon mal noch mal so was akzeptieren. Tobi, wenn ich schon mal noch mal so was akzeptieren. Tobi, wenn ich schon mal noch mal so was akzeptieren. Tobi, wenn ich schon mal noch mal so was akzeptieren. Alter. 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 60. Ich hab noch 82, Mann. Okay, die beiden neutralen sind sich sowas zu gehen entgegen. Curry hat ne Brandgranate geschmissen. Curry tötet mich. Hä? Voll ich. Geh doch nicht in den Brand. Hä, du Leute. Der ist in die Brandgranate gelaufen. Ich war's nicht. Ey, da hat jemand zu uns geobachtet. Der ist von selber in die Brandgranate reingelaufen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ist wirklich wahr. Du bist so ein Arschloch, Tobi. So ein Arschloch. Das ist eine sehr verzweifelte Runde heute. Ja. Das ist doch die letzte, die wir jetzt vorproduzieren heute, ne? Gott sei Dank. Alter, wollt ihr mir grad den Tod anhängen? Ich glaube ja. Mich fassert nicht. Tobi, du bist echt ein Arschloch. Echt ein Arschloch bist du. Boah. Was? Paren. Lebst du noch? Ja. Ja. Gong? Thomas? War's? Neee, nee, nee. Fienchen? Bitte nicht. Weißt du? Ja? Oh. Ich put all my trust in you. Komm mir nicht so. Komm in der Sai. Curry. Achja, ja? Wie ist das Traitor-Leben? Ist eigentlich ganz toll. Traitor-Runden kann ich echt nur empfehlen, Leute. Ja, ist gut. Bitte tu mir nix, bitte tu mir nix. Ja, umgekehrt genauso, umgekehrt genauso. Bitte tu mir nix. Ich bin ganz lieb, ich mach doch gar nichts. Ich steh hier nur ein bisschen so, sitz hier nur. Ah, die Sonne. Aua! Was denn? Ich bin grad gestolpert. Achso, Schnürsegel. Geißel der Menschheit. Wer ist denn jetzt hier Traitor? Töne doch mal auf damit. Jetzt gib doch einfach mal zu. Lass es doch mal sein, ist doch gut. Irgendwann ist doch mal gut. Haben wir es dann alle verstanden, okay? Hier muss ja gleich was passieren. Curry? Was? 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 Nee, ich lauf hier nur so rumspazieren. Aha. Ich hab dich nur gegrüßt. Ich hab dir einen guten Tag gewischt. Nur spazieren, ja? Curry? Halla, Curry ist es! Nee, stimmt nicht. Curry ist es? Es ist sehr unfair, dass mir jetzt so was anhängt. Ach, Curry! Oh, der arme Tobi! Ich bin es, ich hab den Tobi nicht getötet und den Erik hab ich auch nicht getötet. Der lebt noch. Ich glaub dir kein Wort. Ich schwör's. Derik! Ähm, wo bin ich? Toll, schau. Hä? Du warst so nachfliegen! Nein, das war Curry grad, der sich selber mit dem Jetpack umgebracht hat. Alter, das ist natürlich auch sehr schlau, irgendwie Nebel einzuschalten und dann loszufliegen. Das ist schon wieder so ne Runde. Ah Tobi, ich hab dich nicht umgebracht. Du bist selbst nicht aufs Feuer gerannt. Natürlich, du hast mit der Krobe auf mich eingeprügelt. Dann hast du auf mich reingeschossen. Ja, ähm. Nein! Hä, was hat denn? Ist dann irgendwie... Ah, okay. Gott sei Dank. Tobi, ich hab nicht auf dich eingeschossen. Ich hatte nur 76 HP, als ich ins Feuer gelaufen bin. Ja, dann... Da hab ich mir gedacht, Curry, jetzt geb ich's dir aber. Guck mal, wie er selbst reingerannt ist. Ja klar. Aber ich hatte nur 46, du warst sehr verdächtig. Ich hatte 60, Tobi. Ich hatte 46, du weißt doch. Ich hatte nur 60. Curry ist immer sehr verdächtig. Und ich hab dich sogar vor dem Feuer gewarnt. Und das Gute war, Erik hat's gesehen, deswegen war's alles gut. Ja, du warst aber trotzdem Traitor. Ja, war's gut, war's gut. Ich war's nicht, Tobi. Das war nur ein Aufkleber. Du hast es extra gemacht. Das war nur ein Aufkleber, Erik. OOOOOO! Curry ist gut. Gott sei Dank. Bin ich gut. Ich schreibe OOOOOO! Hey, willst du etwas sagen, das ist unecht? Nein, das hört sich super echt an. Stimmt nicht. Ah, die Map hat sich jetzt verändert. Ich bin's nicht. Nee, ich glaub das ist... Wie war das denn? Ich hab nur den einen Zelda-Teil gespielt. Ich glaub jetzt ist es, wenn... wenn man durch das... Ja... 577 forever. Okay, da. Wee! Oh stimmt, die Häuser sind jetzt auch kaputt. Ah, cool. Putz da beide Fische. Was war das da vorne? Hey! Was war das denn? Was war das denn für ein Elektroschock da? Tu mir nicht weh! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Schau mir grad die Map an! Was ist da los? Alter! Hab ich dich getroffen? 93! Entschuldigung. Ich geh weg von dir, sorry. Nee, du bleibst jetzt stehen. Nein, geh! Geh weg, Tobi! Lass es, Tobi! Nein, Tobi, bitte schlag mich nicht, bitte! Geh weg! Mir bitte! Tobi! Hey, du hast mich gar nicht getroffen, Tobi! Wo sind die? Hä? Da liegt aber Blut! Hier an der Wand, guck mal! Bitte tu mir nix! Da ist Blut! Nee, schießen! Hier, guck, Tobi! Oh, das ist in der Kiste! Ah, Tobi, lass es bitte! Aua! Ja, guck! Da liegt Blut! Tobi, aua, aua! Tobi, aua! Was sind denn die beiden? Ich hab keine Ahnung! Lass es, Tobi! Hör auf damit! Guck mal, wie bescheuert der Junge ist! Warum hat ich so jetzt schon wieder... Okay, jetzt ist es wieder so weiter, Tobi! Ich glaub, dem Curry, dem Curry tut das nicht gut, solange Aufnahme-Sessions... Hier ist doch ordentlich! Das sind die Epilepsie-Warnungen, die vor jedem Spiel kommen! Äh! Tobi, geh weg, Tobi! Ah, Panoria, Hilfe! Ich sterbe! Hey! Versteck mich einfach hinter Pan! Nein! Doch, Pan, beschütz mich! Nein! Curry, wir können doch über alles reden! Hast du Probleme, Curry? Alter, Tobi war grad sofort von dem Trader-Shop, ich sag's dir! Nein, war ich nicht! Mann, ich sag's dir! Ja! Tobi war grad... Äh! Alter! War ich nicht! War ich nicht! War ich nicht! Fliegt du da so eine Wurst entgegen? Warst du's wirklich ehrlich? Tobi! Warst du's nicht ehrlich? Nee, war ich nicht! Okay, find ich gut! Aber, ich hab Damage! Tobi hat mich angeschossen! Hä? Ich weiß gar nicht, wo du bist grad! Ich such dich! Ich bin im Damage-Shop! I'll take you to the Damage-Shop! Curry, bist du nicht tot? Ja, echt? Erik, wo bist du denn jetzt? Du warst es doch nicht! Bleib doch da! Wir müssen doch gegen Pan jetzt kämpfen! Ja, weiß ich! Bleib doch mal bei mir! Ich weiß nicht, wem ich jetzt trauen soll von euch beiden! Hä? Du bist es! Hä? Ich bekomme, dass Tobi den Bumerang geworfen hat! Hä? Der Bumerang ist Richtung Tobi geflogen? Nein! Der Bumerang ist Richtung Tobi geflogen! Der Bumerang ist Richtung Tobi geflogen! Alter, Erik schießt auf mich! Ja natürlich, weil du der Traitor bist, man! Ich glaub Pan ist es! Okay, könnt ihr beiden euch jetzt mal entscheiden, wer es ist? Du steh'n doch, Digger! Also, ich war live dabei und ich hab den Bumerang Richtung Tobi geflogen! Der Tobi hat den Bumerang geflogen! Okay, ja dann bin ich es! Und deswegen, wenn der Tobi... Bei Pan bin eh immer ich es! Nein! Wenn der Bumerang Richtung... Pan, hör mal zu Pan! Pan! Du musst jetzt herkommen und mir helfen! Ich bin in deinem Blick müde, ich komm hier nicht mehr weg! Wieso? Weil der Erik auf mich zielt und ich hier hinterm Baum eingekauert bin! Ja natürlich, weil du Traitor bist! Ja, aber warum erschießt du dann den Tobi nicht? Hm? Warum erschießt du dann den Tobi nicht? Weil er Traitor ist, Mann! Ja, dann erschießt ihn doch! Ich komm nicht an ihn ran! Der hängt ja mit nem scheiß Bumerang hinterm Baum! Da geh ich doch nicht hin! Wie mit nem Bumerang? Er hat einen Bumerang und wenn er mich damit trifft, bin ich sofort tot! Bei welchem Baum denn? C3? Achso! Alter, was soll ich denn sagen? Weiter hinten auf der Map, unten oder auf der oberen Fläche! Was denn, ey? Auf der unteren Fläche! Wer bist du? Du hast nen Bumerang! Du hast... Du hast den Bumerang! Du bist fucking Traitor! Ja! Du bist fucking Traitor! Nein, ich bin kein Traitor! Du bist... Nein, nein, nein! Ich bin kein... Hobi? Hä? Warum hast du... Du hast direkt auf mich geschossen jetzt! Natürlich mach ich das! Ja, natürlich, weil du Bumerang hast! Yeah, geil! Arschloch! 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 Ich hab nicht... Du Arschloch, ey! Was denn mit... Du... Alter, wo bin ich denn hin geflogen? Du bist für ne dreckige Drecksmistsau! Echt ohne Scheiß! Was? Was? Machen wir voll das schlechte Gewicht! Machen wir voll das schlechte Gewicht! Machen wir voll das schlechte Gewicht! Aber du bist mit Bumerang rum! Ich dachte, okay, vielleicht ist der Bumerang-Curry abgeprallt und wieder zurück zum Tobi! Weißt du, das ging mir gerade alles durch den Kopf! Was? Was? Du hast... Du hast ernsthaft geglaubt, dass er nicht Drecksmistsau ist? Hitzklade! Er hat mir so ein schlechtes Gewicht gemacht! Was ist das? Okay, Pan, wir müssen, wir müssen... Ich hab's noch genau gesehen, haben wir Tobi auf den Curry gezogen und mit dem Bumerang! Halt die Schnauze! Das hab ich genau gesehen! Nein, nein, nein! Halt die Klappe! Wo bin ich überhaupt hingeflogen? Ich lag irgendwie am Ende der Karte! Weiß... Oh, das ist schön! Nur Motorboot fließt der... Oh mein... Huuuuh... 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 Wann ist denn jetzt auf Verdacht und wann ich nicht auf Verdacht? Weißt du, das ist so... Weißt du, Scheiß, warum spielst du ein Videospiel? Ich habe das Gefühl, das Spiel... Ja, Mann, Pan! Endlich mal, Pan! Endlich! So, ich erschieße euch jetzt erstmal alle! Geil! Auf Verdacht! Hab ich auch schonmal gemacht! Auf Verdacht! Boah, ey! Ich erschieße euch jetzt alle! Bleib jetzt hier! Für immer! Aber ich bin innocent, Freunde! Freu mich richtig, ob wir heute dabei sind! Ja, egal! Egal! Vorsicht, da ist Curry und der Tobi... Egal! Egal! Curry ist gerade wieder runtergesprungen! Ist er tot? Nein, er läuft nach oben! Okay! Ich seh seine Beine! Du siehst meine Beine?! Ja, so ein Schatten... War da gerade so ein Schattenbild? Achso! Lauf der mit den Beinen nach oben oder was? Ehehehe! 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 Handstand-Mode! Ganz ruhig, Pan! Ganz ruhig! Pan! Pan! Hm? Tobi! 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 Pan! Oh, ernsthaft! Okay, Erik kann es nicht gewesen sein! Pan lebt noch! Okay! Pan lebt noch! Die versteckt sich oben in der Ecke hinterm Baum! Was? Ey, du Arschloch mal! Ehehehe! Alles klar, Pan! Ei, du Arschloch slash Mu… Ey, du Arschloch... W-wie Arschloch? Hier, Cut-M投-M'RERand an, Mia?! Ihr weg, Erik! 走, weg! Ey! Eigentlich was ist er... Ah! Ach! Ach, du Scheiße! Was macht ihr da hinten? Erik? Okay, Pan, komm, ich holen. Komm. Komm, Pan. Ja. Komm her, Pan, ich hab Pancakes. Ja. Ja. Scheiße. Ah. Hui. Weil der Tobi wieder geflogen ist. Ohne Scheiß. Das war so geil. Ich hab's halt nicht gecheckt, ne? Und plötzlich liegt es sonst wo, ey. Hui. Die Pan ist es wieder und wieder. Das gibt's nicht. Hä? Heftig, ne? Heftig. Heftig. Ihr habt wieder irgendwas eingestellt, Leute. Ich sag's euch. Einen eigenen Server. Jedes Mal vor der Runde. Ich sag's Schweine, ihr wisst, dass es echte Leute gibt, die das dann glauben, Mann. Ich muss noch mal kurz den Server neu starten. Ich freu mich immer, wenn das endlich mal jemand in die Kommentare schreibt, weil ganz sicher. Das deckt endlich mal jemand auf. Das glauben wir auch schon alle. Ja. Aber wieder auch mal Zeit, ne? Aber wir trauen uns ja nichts zu sagen, weil ruckzuck sind wir raus aus dem Let's Play. Ja. Ich war eine Folge lang mal nur innocent und da hat einer geschrieben, was für eine Frechheit das war, die Folge hochzuladen, weil ich war da nur innocent. Eine Folge lang, hast du dann sogar mal mit Bots gespielt? Einfach so? Ja, einfach so. Das wisst ihr gar nicht. Ja, dann Soundfiles reingespielt. Krass. Ja, die Bots so. Die waren gar nicht dabei. Ihr könnt jetzt mal raten, welche Folge das war. Äh, hallo? Ey. Warte mal, warte mal kurz, mir ist warm. Okay, warte. Nein. Nein. Hä? Du hast ja nicht so erwarten. Hä? Ich wäre auch gerne mal wieder Traitor. Tobis Traitor. Tobis Traitor, ja. Aber echt. Das war verdächtig gemacht, Leute. Nicht verarschen? Richtiger Humbo-Sorbchen, Alter. Voll daneben. Hä? Was war das denn? Tobi, hier, guck mal. Oh, das war nicht so gut. Oh, schon vorbei. Oh, Mann. Schade. Oh, Tobi. Scheiße. Tobi war's. Tobi war's. Oh, Mann. Tobi war's. Tobi war's. Oh. Aber zum Glück, zum Glück haben wir's ja jetzt. Oh, ja. Ja, auf jeden Fall. Tobi, toll, Tobi. Tobi, toll, Tobi. Tobi, toll, Tobi. Einfach an einer Stelle. Geht hier wohl noch Schmerzkraft, wa? Ja, das war's dann erst mal. Oh, Tobi, Mörder. Ja, war schön, Pan, ne? War schön. Das war wunderbar. War einfach wunderbar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Boah, ich bin auch fertig jetzt. Ich mach alles am Auszahlen. Jetzt wird erst mal was gegessen, ne? Und dann gehen wir alle ins Bett. Ja, ist sehr gut. Na, ne, nicht wirklich. Zusammen in eins. Ja, alle zusammen in ein Bett. Genau. Ja! 90er Bett, ne? So 90. Na, gucken wir uns alle so ein Horrorfilm an. Ein bisschen Wasserbett noch, Tobi, oder? Wasserbett, Tobi? Ab geht's, Alter. Mit deiner Pisse. Hä? Ah, Tobi! Hä, was ist denn mit dem los? Ja, klar, Tobi. Ich hab gesagt, so was sollst du mir privat auf Facebook schreiben und nicht hier. So wie du vorher bei der Kacke essen wolltest. Genau so. Hä, was? Hast du vorher gesagt? Ich will deine Kacke essen, ist das wahr? Ja, ein paar hab ich noch gesagt. Barbara und so, weißt du? Achso, ja, gut. Dann hab ich das gesagt. Aber das will ich natürlich nicht. Und Barbara, wehe, du machst das. Dann hasse ich alles. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann sind wir wahrscheinlich etwas frischer und auch wieder etwas abgelder. Oh ja, oh, 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 oh. Moorleiche, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hä? Was? Wie ist mit dem jetzt los? Hey, sag mal, willst du sterben, Tobi, oder was? Was ist denn jetzt mit dem los? Soll ich dich erschießen, Tobi, oder was? Hä? Ja, bis zur nächsten Folge, ne? Ne, warte mal, cool. Achso, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020